Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zur 109. Episode von Hoax Seller, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax Mysteries Alexa. Hallo alle zusammen. Und Alexander. Und es ist die definitiv letzte Folge von Hoax Seller, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wenn die Welt untergeht, überhaupt. Das ist ja auch kein Wunder. Am 21.12. ist ja auch Feierabend. Genau, wenn die Welt untergeht sowieso. Und ansonsten zumindest für das Jahr 2012, weil wir nach dieser Episode... Wir trennen uns. Keine Gerüchte. Weihnachtspause gehen. Das heißt, die nächste Episode von Hoax Seller wird dann am 6. Januar erst erscheinen. Wir müssen mal so ein bisschen durchschnaufen. Und deswegen wird es diese Pause geben. Aber es gibt natürlich Möglichkeiten, den Leerlauf sozusagen zu überbrücken. Darüber werden wir nachher noch berichten, euch andere Möglichkeiten geben, wie ihr euch die Zeit Podcasts technisch vertreiben könnt. Und wir machen erst mal weiter mit unserer letzten Episode für das Jahr 2012. Die Story der Woche In der Story der Woche beschäftigen wir uns diesmal mit einem Eheglück. Trara, Friede, Freude, Eierkuchen kurz vor Weihnachten. Leider trügt da der Schein. Warum guckst du mich da mal die ganze Zeit so an? Leider trügt aber da der Schein, wollte ich sagen. Denn es geht um eine Ehe, die nur vordergründig glücklich ist und so ein paar Probleme hat. Und der Ehemann möchte gerne die Beziehung, die Ehe wieder auf solidere Füße stellen. Und nicht nur deswegen, aber auch aus anderen Gründen beschließt er dann seiner Frau das Leben zu retten. Das ist ja auch ganz schön eigentlich. Das ist ja irgendwie so ein netter Gedanke. Sie guckt mich schon wieder an. Und spendet ihr eine Niere, als sie diese benötigt. Dummerweise hält die Ehe danach nur noch vier Jahre mehr schlecht als recht. Und als dann die Ehefrau den Mann betrügt, jetzt gucke ich gerade weg hinein, da trennen sich dann die Wege und der Ehemann ist so gekränkt, so unendlich verbittert, dass er dann sagt, jetzt will ich aber meine Niere wieder haben. Was für eine abgefahrene Geschichte. Völlig, oder? Ob ihr recht habt oder nicht und ob sie wahr ist oder nicht, sagt euch nachher das Licht. Und ob ich eine Niere spenden würde oder nicht, überlege ich mir dann auch mal während des Themas der Woche jetzt erst mal. Wir haben die überhaupt nicht mit dem nötigen Ernst rübergebracht, die Geschichte. Naja, was hat denn Ernst damit zu tun? Hieß der so? Ah. Thema der Woche. Ja, im heutigen Thema der Woche beschäftigen wir uns mit einem Thema, das nochmal ganz spannend ist, das auch nochmal, ich weiß gar nicht, warum das sich in den letzten Monaten so gehäuft hat, viel mit der Bibel zu tun hat. Irgendwie sind wir da ja drauf hängen geblieben. Und zwar ist das Thema tatsächlich der sogenannte Bibelcode. Ja, es hat also zumindest indirekt was mit der Bibel zu tun. Dass die Bibel Gottes Wort ist, ist ja gemeinhin unbestritten. Dass aber über Gottes Wort hinaus in der Bibel auch noch versteckte Botschaften zu finden sind, das ist doch relativ neu und wurde entdeckt, jedenfalls entdeckt und wissenschaftlich belegt in den 90er Jahren. Und zwar ist dafür ein Mathematikprofessor zunächst mal verantwortlich, der in diesem Bereich geforscht hat. Und zwar heißt das der Iliaribs oder Iliaribs, also bitte alle diejenigen, die sich mit der hebräischen Aussprache von Namen auskennen, mögen uns das nachvollziehen, dass wir des Hebräischen nicht mächtig sind und sagen deshalb Iliaribs. Er ist geboren worden 1948 und ist zunächst mal in Lettland aufgewachsen, wenn wir uns die Person von Herrn Ripps erstmal ein bisschen betrachten, was zu der damaligen Zeit natürlich noch zur Sowjetunion gehört hat. Und er wurde 1969 mit 21 Jahren kurz am Abschluss seines Studiums an der Universität in Lettland verhaftet, weil er gegen die Invasion durch die Tschechoslowakei demonstrieren hat. Und zwar wollte er sich selbst verbrennen auf einem öffentlichen Platz. Er wurde dafür dann verhaftet und ins Gefängnis verbracht. So ist man damit umgegangen. Und es gibt dann Berichte, die nicht so ganz belegt sind, aber man sagt es ihm zumindest nachher, er hätte dann einen Bleistift und Toilettenpapier bekommen und hat dann darauf angefangen mathematische Beweise zu schreiben, die von so großer Bedeutung gewesen sind, dass die internationale mathematische Gemeinde dafür dann auch gesorgt hat, dass er aus dem Gefängnis entlassen wird und 1972 nach Israel auswandern konnte, wo er bis heute an der hebräischen Universität Jerusalem als Mathematikprofessor unterrichtet. Er hat sich mit der Thora beschäftigt, also dem Alten Testament. Also was ja in weiten Teilen genau auch das Alte Testament ist. Ja, also das ist ja eben im Hebräisch geschrieben. Und er hat dort angefangen durch Intervallcodierung. Das heißt also, man nimmt einen Buchstaben, überspringt dann 50 Buchstaben in dem Fall. Naja, oder eine beliebige andere Größe. Also beim Werk Genesis war es dann eben so, dass es eben zunächst mal 50 Buchstaben war und findet dann das Wort Thora verschlüsselt in diesem Text. Ja, also er hat mit dem ersten T in der Genesis angefangen und hat dann entsprechend eben mit dieser Intervallzählung weitergemacht und hat dann eben das Wort Thora gefunden und das eben auch in anderen Büchern des Alten Testaments und so weiter und so fort und hat dann festgestellt, dass da doch mehr zwischen den Zeilen im wahrsten Sinne des Wortes in der Bibel zu lesen ist, als man vorher angenommen hat. Die grundsätzliche Idee, dass in der Thora verschlüsselte Bedeutungen oder verborgene Bedeutungen zu finden sind, ist sowieso Bestandteil der jüdischen Hermeneutik. Also es gibt immer so Zahlenmystik und so und es bietet sich auch an, dadurch, dass im Hebräischen im Prinzip keine Vokale verfügbar sind, sondern nur Konsonanten und es immer so einen gewissen Interpretationsspielraum über die Buchstabenbedeutung letztendlich geben kann, was natürlich die Idee auch nahelegt, dass man also mit den gleichen Buchstaben durchaus andere Inhalte verschlüsseln kann. Er hat dann weitergeforscht mit seinem Assistenten Doron Wittstum und hat dann schließlich festgestellt, dass die Namen von Rabbinern dort in diesem Code enthalten sind, beziehungsweise in verschlüsselter Form mit dieser Intervallzählung dort auftauchen und zwar in direkter Nähe zu ihrem Todesdatum. Also das ist ihm schon mal so aufgefallen, dass das eigentlich kein Zufall sein kann. Da er aber Wissenschaftler war und ist und das Ganze genau hinterfragen wollte und replizieren wollte, hat er versucht, das auch statistisch zu belegen, dass das eben nicht nur Zufall ist, dass die Namen in Zusammenhang mit ihrem Todesdatum dort erscheinen, sondern dass das eben wirklich hieb- und stichfest ist, das Ganze. Er ist dann auf eine Wahrscheinlichkeit von immer 1 zu 60.000, 62.500, glaube ich, gekommen, was diese Wahrscheinlichkeit angeht. Also ist es extrem unwahrscheinlich, dass an so vielen Stellen der Name eines Rabbis mit seinem Todesdatum in um Milwarer Nähe zusammen auftaucht. Was wir natürlich in dem Zusammenhang auch noch erwähnen müssen, ist, dass diese Rabbiner natürlich gelebt haben, lange nachdem diese Bücher geschrieben worden sind. Genau, die Tora ist so rund 3.000 Jahre alt. Also all das, was jetzt an Rabbis da gefunden wurde, ist wesentlich später anzusiedeln zeitlich. Und damit haben wir dann gleich einen doppelten Tatbestand. Also nicht nur findet man einen Code in der Bibel beziehungsweise versteckte Botschaften, sondern auch noch Prophezeiung. Denn das, was da vorweggenommen wird, sind eindeutig Daten und Personen aus der Zukunft. Übrigens, das ganze Verfahren ist nicht unbedingt ein kryptografisches, sondern gehört in den Bereich der Steganographie. Genau. Das heißt also, wir haben ein Verschlüsselungsverfahren, bei dem man überhaupt nicht weiß, dass da was verschlüsselt ist. Also wenn wir einen Text normalerweise, meinetwegen mit dem Cäsar-Schiffre, verschlüsseln würden und da eine unsinnige Buchstabenkombination rauskommt, dann kriegst du den Text vor die Nase und weißt zwar nicht, was drinsteht, weißt aber, dass er verschlüsselt ist. Wenn man aber die Bibel liest, dann liest du einen normalen Text und weißt gar nicht, dass da unter Umständen was verschlüsselt ist. Genauso ist es. Also ein weiteres beliebtes Beispiel, was es heutzutage gibt, ist in Fotos, in digitalen Bilddateien, Informationen abzulegen. Das heißt, in einzelne Pixel weitere Informationen zu betten. Dann sieht man eben ein digitales Foto und da gibt es weitere Informationen, die dort hinterlegt sind. und man muss eben als Empfänger einer solchen steganographisch verschlüsselten Botschaft wissen, dass sich etwas darin in dem Container, in dem Text, in dem Foto oder wie auch immer in der Datei sich etwas befindet, denn sonst findet man das nicht. Das Wort Steganographie kommt aus dem Altgriechischen von Steganos für bedeckt und Graphien für Schreiben. Also bedecktes Schreiben ist da sozusagen die Wortbedeutung des Steganographie. Genau. Wir sollten vielleicht noch kurz erwähnen, dass RIPs und Witztum 1994 ihre ganzen Ergebnisse in einer sehr renommierten Fachzeitschrift veröffentlicht haben, nämlich in der Fachzeitschrift Statistical Science. Und das Ganze musste, um dort abgedruckt zu werden, einem Peer-Review-Verfahren auch sich unterwerfen. Und da war ein Statistiker beteiligt namens Cass und der hat zunächst mal nicht glauben wollen, dass die beiden diese Entdeckung tatsächlich gemacht haben. Das heißt, er meinte, die müssten sich wohl irgendwie vertan haben und das ließe sich relativ schnell bereinigen. Aber die Gutachter, die sich das angeschaut haben, sind allesamt zu dem Ergebnis gekommen, nö, das ist statistisch einwandfrei. Gut, also halten wir zunächst mal fest, dass die Namen der Rabbis und ihre Todes da anscheinend war. im Text der Tora verschlüsselt sind. Und zwar auch in räumlicher Nähe sozusagen, wenn man sich den Text wieder zu erinnern hat. Das ist in signifikanter Form. Und das in statistisch signifikanter Form. Das alleine ist schon mal sehr interessant und faszinierend und hat dann einen amerikanischen Journalisten auf den Plan gerufen, Michael Drossnan, der 1946 geboren ist, am 31. Januar in New York City. Journalist hat zum Beispiel für die Washington Post gearbeitet. Das Wall Street Journal, also New York, New York übrigens gerade. Deswegen mein kleiner Stolperer. So sollte man da an der Stelle, so sollte das eigentlich heißen. Und Drossnan hat also auch diese Publikationen von Ilia Rips wahrgenommen und hat nun gedacht, da müsste ja noch mehr zu finden sein. Er hat dann, und da ist er in seiner Außendarstellung immer nicht ganz so, wie man es vermuten möchte, selber ein Computerprogramm sich geschaffen und hat angefangen, in der Tora zu suchen und hat also da weitere verschlüsselte Nachrichten entdeckt, über die wir mal sprechen können. Also sein für ihn definierender Moment war, dass er dann den Namen Itzel Grabins gefunden hat mit dem Zitat ein Mörder, der morden wird. Assassin who will assassinate. Genau. Er hat dann versucht, Kontakt zu Itzel Grabin aufzunehmen, ihn zu warnen, weil für ihn war das eine ganz klare Botschaft darüber, dass es einen Attentat auf das Leben von Itzel Grabin geben wird, was es dann ja auch gegeben hat. Ungefähr zwölf Monate später, nachdem er das entdeckt haben will. Und das war für ihn sozusagen the defining moment, der Moment, wo er gesagt hat, an diesem Bibelcode ist etwas dran und er hat dann angefangen, sehr intensiv die Tora zu durchsuchen und hat verschiedene Prophezeiungen sozusagen dann aus der Tora herausgelesen. Er hat 2002 einen wirtschaftlichen Zusammenbruch postuliert oder prophezeit mithilfe der Tora. Er hat 2003 den Anstieg des weltweiten Terrorismus mit Massenvernichtungswaffen prognostiziert und im Jahr 2006 ganz entscheidend einen atomaren Holocaust. Genau. Davor hat er gewarnt. Das war dann sein dritter Bestseller, der Bibelcode Teil 2 sozusagen, der Countdown. und er hat aber immer geschrieben, dass die Prophezeiungen in der Tora nicht unumstößlich sind, sondern dass es eben verschlüsselt worden sei. Dass Gott uns warnen wollte. Genau, dass man es eben verhindern kann, wenn man denn sein eigenes Verhalten und seine eigenen Aktivitäten entsprechend anpassen würde. Es ist auch gut, dass er behauptet hat, dass es nicht unumstößlich ist, denn wir alle sitzen noch hier und es hat 2006 keinen atomaren Holocaust gegeben. Genau. Und, na gut, die Welt geht jetzt dann am 21.12. Das hat er aber nicht so rausgelesen aus dem Bibelcode. Also ihr merkt an der Stelle jetzt schon, dass also entweder Michael Drossland durch seine Arbeit den atomaren Holocaust verhindert hat oder aber, eine andere Möglichkeit, die man natürlich als Schluss ziehen könnte, ist, dass vielleicht an dem Bibelcode nicht ganz so viel dran ist, wie man Glauben meint. Und tatsächlich ist es so gewesen, dass es große Kritik an der Methodik von Drossland gegeben hat. Und man muss zum Beispiel an der Stelle mal sagen, dass Professor Ripps nie bestätigt hat, dass er intensiv mit Herrn Drossland zusammengearbeitet hat. Wobei Herr Drossland immer gerne behauptet hat, eng mit Ripps zusammengearbeitet zu haben. Genau, und er hat ja auch dann Herrn Ripps immer vorgeschoben. Er hat immer gesagt, wenn so ein renommierter, weltbekannter Mathematiker das findet, dann muss man das noch anerkennen. Tatsächlich ist es so, dass die mathematische Gemeinde gewisse Bedenken angemeldet hat. Nicht an der Fähigkeit oder an den Fähigkeiten von Professor Ripps. Der wirklich ein brillanter Mathematiker ist. Aber er ist kein brillanter Statistiker. Genau. Und Drossland hat sich dann so über die ganze Kritik aufgeregt. Und das finde ich besonders niedlich irgendwie. Also er hat ja erst mal behauptet, natürlich, klar kann man in einem Text, der lang genug ist, wenn man dann genau guckt, irgendwelche Botschaften finden, aber, oder irgendwelche Wörter finden, aber die Häufung sind zusammenhängender Wörter an bestimmten Stellen. Mit prophetischem Charakter. Mit prophetischem Charakter. Das sei wirklich nur in der Bibel, das heißt im Alten Testament, zu finden. Und er ist so überzeugt von seiner Theorie, übrigens noch heute, dass er dann gesagt hat, wenn mir irgendein Journalist im Moby Dick ein Attentat an einem Ministerpräsidenten prophezeit oder herausliest, was noch nicht eingetreten ist, dann werde ich denen glauben. Dann weiß ich, dass da irgendwie Kritik vielleicht berechtigt ist. Und ja, das war sozusagen so der Aufruf zur Schlacht, weil sich dann Statistiker, allen voran Brandon McKay, wirklich auf die Suche gemacht haben, um an eben diesem Text, an Moby Dick, solche Dinge herauszufinden. Und die haben dann tatsächlich alles Mögliche herausgefunden. Die haben das Attentat auf Kennedy dort rausgelesen, auf Indira Gandhi, ich weiß nicht auf wen noch, ich glaube Lincoln war noch vertreten. Der Tod von Lady Di. Der Tod von Lady Di. Ganz, ganz signifikante Passage. Inklusive des Namens von Dodi und dem Namen des Chauffeurs. Genau, und dem Namen des Chauffeurs. Das hat ja herausgefunden, Brandon Damien McKay, geboren, 26. Oktober 1951. In Australien war der genannte Mathematiker. Und da gilt das alte englische Sprichwort sozusagen Be careful what you wish for. Also sei vorsichtig, was du dir wünschst. Du könntest das bekommen. Es war eben so, dass man im Moby Dick tausend Vorhersagen finden konnte. Für einen kurzen Moment gab es Menschen, die gesagt haben, naja, vielleicht ist ja auch Melville war auch ein Prophet. Prophetisch geküsst worden, aber man hat es dann auch mit Krieg und Frieden und anderen Werken replizieren können. Und das Schöne ist, dass wenn man sich das Buch von, also das zweite Buch von Drosnan rauskommt, rauspickt und das mit diesem Verfahren halt durchkämmt, dann kommt da die Phrase raus, ich kriege es jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber so ungefähr, irgendwie der Bibelcode ist eine fiese, menschenverachtende, furchtbare Form von Hoax, so grob übersetzt. Das heißt also, steckt in dem Buch der Bibelcode Römisch 2 irgendwie die Warnung, dass das Ganze ein Hoax ist. Man hat auch mal sich den Spaß gemacht, eine Pressemitteilung der Firma Microsoft mit einem derartigen Computerwerkzeug zu untersuchen und fand also auch dort Hinweise auf den Prozess um O.J. Simpson, der zu dem Zeitpunkt war, oder einen Boxkampf zwischen Mike Tyson und Evander Holyfield. Man fand nämlich zum Beispiel die Zeilen O.J. Did It oder das Wort Ihr und den Namen von Evander Holyfield, dem in seiner Zeit dann tatsächlich das Ohr während des Boxkampfes abgebissen worden ist. Was heißt das jetzt für den Bibelcode? Das heißt ganz offensichtlich, ist ein Text nur lang genug und beinhaltet er genügend Buchstaben? Ist es möglich, beliebige Kombinationen, die sinnhaft sind, an anderen Wörtern durch Intervall Suche zu finden. Der Prozess ist relativ einfach, wenn man einen Computer hat und der Text nicht digital vor. Man beginnt damit und fängt an einen Buchstaben zu finden. Jeder zweite, jeder dritte, jeder vierte und so weiter und irgendwann landet man dann bei einer Kombination, die irgendwie in der Gipten. Die passend ist, genau. Insofern ist das schon mal das erste Problem. Man hat in der Tat aber, nachdem diese Ergebnisse da waren, nochmal den Versuch unternommen. Die Aussagen von Professor Ripps nochmal genauer zu untersuchen und hat ein Experiment angestrebt, denn die Statistiker sagen, die gefundenen Inhalte, sagen wir mal, in der Tora, waren zu unspezifisch. Also um eine genaue prophetische Vorhersage zu finden, muss das, was man sucht, vorher viel strikter definiert gewesen sein, um von einer... Wobei ich das in dem Zusammenhang echt paradox finde, weil wenn du auf der Suche nach einer Prophezeiung bist, dann kannst du ja nicht im Vorfeld genau wissen, was ich da gerne möchte, was da gerade prophezeit wird. Also es ist in sich halt ein bisschen. Es ging aber, glaube ich, auch primär darum, wie die Namen geschrieben worden sind, wie das Format des Geburtsdatums oder in dem Fall bei diesem zweiten Experiment war es eben der Wohnort der Rabbiner und da ging es eben um die Formatierung dessen, wie es auftauchen Man hat nämlich Rips zum Beispiel den Vorwurf gemacht, bei der Schreibung der Namen sich ein paar Freiheiten erlaubt zu haben und da auch immer die Schreibweise sich rauszupicken, die die höchste Trefferquote hat. Und das ist genau das, was man eben, wenn man im Vorfeld die Treffer genauer definiert, dann rausgreift. Es hat ein groß angelegtes Experiment gegeben, das so nicht stattgefunden hat oder beziehungsweise stattgefunden hat und die Ergebnisse sind nicht veröffentlicht worden. Das gibt es ja häufiger mal. Wir hatten das ja auch schon mal an anderer Stelle im Rahmen der Lichtnahrung zum Beispiel. Da werden dann immer gerne Verschwörungen dahinter vermutet. Manchmal ist es aber einfach so, dass man aus gewissen Gründen, vielleicht auch, weil es methodisch doch noch ein Problem gab oder so, die Studie nicht veröffentlicht. Spükenkickerei können wir nicht beantworten. Es gibt eine BBC-Doku, die sagt, sie hätten dieses Experiment nochmal repliziert und dort stellt sich dann eben raus, wenn man mit vorausdefinierten Treffern an so eine Suche herangeht, ist die Wahrscheinlichkeit absolut nicht signifikant der Ergebnisse, sondern ja, eigentlich mehr oder weniger tatsächlich dem Zufall geschuldet, weil einfach genügend Buchstaben vorhanden sind. Wir werden die BBC-Doku, die ist sogar auf Deutsch synchronisiert und im Internet-Fernseher-Kanal YouTube verfügbar auch mal bei uns im Forum reinhängen, dann könnt ihr euch das nochmal anschauen und habt auch mal die Gesichter von Drosman und Professor Rips vor Augen. Es gibt noch ein zweites Problem. wenn man sich den Bibelcode betrachtet und das ist eigentlich ein ganz pragmatisches Problem und zwar muss man sich natürlich mal fragen bei einem Text, der gut 3000 Jahre alt ist. Darf ich da kurz was einwerfen? Ich habe ja am Anfang, als wir hier so ein bisschen halbflachsend eingestiegen sind in das Thema, gesagt, dass die Bibel Gottes Wort verkündet. Da werden mir natürlich dann einige das natürlich um die Ohren hauen. sagen, der Wahrheitsgehalt der Bibel, das wird uns immer wieder vorgeworfen, dass wir behaupten, die Bibel sei ein Märchenbuch und da würde doch auf historische oder historisch belegbare Ereignisse angespielt. Das mag auch alles sein, das ist auch alles richtig. Ich will nur eben einen kleinen Hinweis und einen kleinen Vergleich anbringen. Es gibt genug Sagen aus dem deutschen Sprachraum, die handfeste Anspielungen auf den 30-jährigen Krieg enthalten. Den 30-jährigen Krieg hat es natürlich nachweislich gegeben, das macht aber den Inhalt der Sagen nicht wahr. Nur das mal eben noch so hineingeworfen in die Runde. Das lässt sich nicht los, ne? Ne, das lässt mich nicht los und das lassen wir jetzt auch einfach mal so stehen. Das müssen wir mal so stehen, wobei man natürlich sagen muss, dass im jüdischen Glauben natürlich die Tora tatsächlich das Wort Gottes ist. Also das ist der Glaube und wer das glaubt, der soll das auch glauben. Wir haben das am Anfang aus der Sicht der Anhänger geschildert, das Ganze. Insofern wollen wir da jetzt nicht. Oder ich möchte an der Stelle nicht werden, wenn du das machen möchtest, tu das. Aber also nochmal, das Problem liegt tatsächlich im Text begründet. Der Text ist gut 3000 Jahre alt und die älteste vollständige hebräische Handschrift, die noch vorhanden ist, ist der Kodex Leningradensis. Der ist tatsächlich erst als 1000 nach Christi wurde angefertigt. Also das ist das älteste Werk, was verfügbar ist. Grundsätzlich ist aber die Tora über 3000 Jahre insgesamt alt, also 1000 vor Christi 11 wurde entstanden. Genau, das ist aber nicht die Vorlage, die sie benutzt haben. Genau, und das ist jetzt nämlich das Entscheidende, dass nämlich Professor Ripps nicht diesen Kodex Leningradensis, also den am ältesten noch vollständigen Kodex genutzt hat, sondern er hat die Korenausgabe genutzt. Und da ist es so, dass die Korenausgabe der Tora allein im Buch Mose, im fünften Buch Mose, Entschuldigung, allein im fünften Buch Mose bereits um 41 Buchstaben abweicht. Das heißt nicht, dass der Text inhaltlich ein anderer ist, aber es gibt tatsächlich Buchstaben, wir haben das ja schon gesagt, die reine Buchstabenfolge, kann man sowas auch mal ein bisschen interpretatorisch anders schreiben. Und wenn 41 Buchstaben in einem Kapitel, sage ich jetzt mal, schon unterschiedlich sind und man aber ein striktes Zahlenwerk, wo man jeden zehnten, zwölften, vierzehnten Buchstaben benutzt, zugrunde liegt und sagt, es gibt versteckte Botschaften, weil Gott diese versteckten Botschaften in den Text hinein diktiert hat, das zeigt dann schon die problematische Ausgangssituation, vor der man sich befindet. Denn in diesen Werken gibt es schon Unterschiede und eben der Kodex Leningradensis ist 2000 Jahre älter als eigentlich das erste Auftreten der Tora über den Daumen. Lass uns 100 Jahre rein, raus, nicht reinrechnen. Aber das zeigt natürlich, dass so ein Schriftwerk sich drastisch verändert und wer heute eine Ausgabe von Goethe liest, die vielleicht auch angepasst worden ist mit einer Originalausgabe, wenn sie denn noch verfügbar ist, auch da gibt es natürlich drastische Unterschiede. Also das zeigt die Problematik, wenn man sagt, über so ein Zahlenzählsystem finde ich geheime Botschaften, die Idee mag ja sehr charmant sein, aber die Umsetzung in der Realität ist extrem schwierig bei einem so alten Werk. Ja. Also, was nehmen wir mit? Ganz offensichtlich kann man nach derzeit bestehendem Verständnis davon ausgehen, dass es keine steganografisch versteckten Botschaften in der Tora gibt, von den deutschsprachigen Bibeln, luthersche Übersetzungen oder sonstige Dinge, wollen wir mal gar nicht reden, weil es da so viele Anpassungen gegeben hat, dass das also jeder, der da in dem Bereich... Ja, vielleicht hat Luther ja auch so ein bisschen manipuliert, man weiß es ja nicht. Vielleicht wollte Luther was reinsetzen. Was wollte uns der Autor damit sagen? Also insofern kann man da schon davon ausgehen, dass es den Bibelcode in der Form nicht gibt. Mein Großvater hat übrigens zu solchen Leuten, die so gerne Dinge da sehen, wo sie eigentlich nicht sind oder Dinge sehen, die es nicht gibt, immer gesagt Deutobold, Mystifizinski, Symbolizetti. Das ist ein sehr schöner... Ja, das wollte ich schon ganz lange überhaupt mal in irgendeiner Folge unterbringen. Jetzt habe ich es endlich geschafft. Um auch mal ganz kurz vielleicht zu zeigen, also ich weiß nicht, wie aussagekräftig die Seite ist, aber ich bin bei der Recherche über die Seite talmud.de gestoßen. Das ist eine Seite, die das Judentum in Deutschland, zumindest in Teilen, repräsentieren möchte. Ist eine ganz interessante Seite, die ich mir auch nochmal intensiver angucken werde. Und da gibt es einen Unterartikel, der heißt Die Codes in der Tora. Was ist der Bibelcode? Geschrieben von Scheim Guski. Und auch da stellt man sich eher kritisch dem Bibelcode gegenüber und sagt, naja, also durch den Einsatz von Computern kann man alles mögliche herausfinden. Wer sich natürlich auch viel mit dem Bibelcode und natürlich auch anderen Formen der Codierung beschäftigt hat, ist Klaus Schmäh. Den hatten wir ja auch schon öfter in unseren Sendungen erwähnt. Und auch hierzu findet ihr bei Klaus Schmäh Artikel, Bücher und vieles mehr. Zum Thema. Genau. Unser Haus- und Hof-Kryptografiker sozusagen, der sich mit den Themen beschäftigt hat. Also halten wir fest, der Bibelcode, eine spannende Geschichte mit überraschendem, Entdeckung zu beginnen. Je mehr man sich dann aber mit dem Thema beschäftigt und je mehr man sich mit dem statistischen Wahrscheinlichkeit von Wortfindungen in ausführlichen Texten beschäftigt, desto mehr wird deutlich, dass vermutlich keine geheimen Botschaften, schon gar keine Prophezeiungen sich in der Tora befinden. Tja, dann können wir doch an der Stelle mal sagen, dass außer Spesen nichts gewesen ist. Und kommen jetzt mal zu einem gleich ausführlicheren Jahresabschlussbericht mit noch ein paar News, die wir noch loswerden müssen. Aber erstmal müssen wir die Story der Woche auflösen. Über die gescheiterte Ehe. Ja. Und der Niere. Tragisch. Die Niere als Tauschgegenstand. Ganz spannend. Die Auflösung. Ja, die Story der Woche von der zurückgeforderten Niere durch einen Ehemann von seiner Ehefrau ist erstaunlicherweise wahr. Man glaubt es kaum. Man glaubt es kaum, ne? Also das Ganze ist tatsächlich in den USA so oder so ähnlich vorgekommen. Es geht um einen gewissen Dr. Richard Batista, der tatsächlich seiner Frau eine Niere gespendet hat. Sie haben sich vier Jahre danach dann getrennt, nachdem seine Frau ihn betrogen hat. Und er hat dann gesagt, ich bin so verletzt, du hast mir so furchtbar wehgetan. Entweder du gibst mir deine Niere zurück oder du gibst mir 1,5 Millionen Dollar. Und das war dann so das Tauschgeschäft, was er hier angeboten hat. Und das ist ja doch irgendwie ziemlich perfide. Also das Ganze irgendwie so auf Organspende-Ebene auszutragen, ist das natürlich schon echt krass. So der Rosenkrieg, der dann wirklich an die Nieren geht. Das wäre ja so ein bisschen ein schöner Band. Naja, es gibt ja auch viele Leute, die versuchen, durch Kinder Ehen zu retten, was ja auch nicht immer gelingt. Was können wir noch im Ausgang des Jahres berichten? Zunächst vielleicht nochmal einmal den Hinweis, der Skeptiker 4 2012 ist erschienen. Ich gebe ganz kurz einen Überblick über die Themen. Da gibt es etwas über die Heliobiologie. Welche Auswirkungen haben Sonnenstürme auf den Menschen? Das ist auch mal sehr schön. Mal nicht der Mond, der einen Einfluss auf Menschen hat, sondern Sonnenstürme. Dann, ich frage mich ja, wie die auf das Thema gekommen sind beim Skeptiker. Terlosologie. Ach. Und Friedrich Bayer beschreibt da seine Studie. Das ist entspannend. Also insofern, da werden Huxler-Hörer natürlich die entsprechende Episode kennen. Und ja, also es geht nochmal um die staatliche Waldorfschule. Da hat André Sebastiani einen Artikel zugeschrieben. Das hat man ja schon angekündigt. Genau, es gibt inzwischen eine Petition, wo man unterschreiben kann gegen die Einführung einer staatlichen Waldorfschule in Hamburg. Wer da mitmachen möchte, nachdem wir... Bei change.org. Genau, das werden wir auch mal verlinken heute. Da könnt ihr gerne mitzeichnen gegen eine staatliche Waldorfschule in Hamburg. Es gibt ein Interview mit dem Spektrum-Chefredakteur Carsten Könnegger zum Thema Wissenschaftskommunikation und Tipps, wie man das besser gestalten kann. Christoph Federspiel und Amadeu Schama ziehen persönliche Bislanz aus den ersten 25 Jahren GWOP. Und dann hat Bernd Harder die Autoren des Buches Die Homöopathie-Lüge am Start und hat ein Interview mit denen gemacht und ganz vieler anderer Kram, den man noch lesen kann. Wer Skeptiker kennt das? Also das ist die aktuelle Ausgabe des Skeptikers. Unter Umständen auch die letzte Ausgabe, die es gibt. Aber zumindest die letzte für 2012. Einen weiteren Hinweis, den wir geben werden, ist, dass es am 21. Dezember, das haben wir, glaube ich, auch beim letzten Mal schon erwähnt, aber wir können das nochmal an der Stelle machen. Vielleicht sagst du, was am 21. Dezember passieren wird. Da gibt es was ziemlich Besonderes und zwar sechs verdammte Stunden Podcast. Das Ganze läuft unter der Fahne Bartokast, also von Sebastian Bartoschek initiiert. Ich habe die Ehre, mitmoderieren zu dürfen und wir haben eine solche Vielzahl an illustren Gästen, dass wir jetzt schon die sechs Stunden wirklich sehr, sehr gut mit Programm gefüllt haben. Das wird äußerst schwierig, da noch mehr rein zu quetschen. Das heißt also, euch erwarten internationale Gäste, Menschen, Tiere, Sensationen und nicht zuletzt auch eine Runde Psychotalk. Ja, ja, also auch ich und Sven Ruddloff dürfen zu Gast sein in der Sendung. Wir haben, ihr habt Florian Freistädter eingeladen. Wir haben Florian Freistädter. Wir haben, ich will jetzt noch gar nicht verraten, wer da noch so alles auftaucht, obwohl der Herr Bartoschek, glaube ich, in seinem Blog schon relativ ausführlich gespoilert hat. Doch, sagen wir doch mal. Also Florian Freistädter. Genau, Marc und Lydia Benecke, Florian Freistädter, worüber ich mich sehr freue. Dann schalten wir in die Schweiz zu Andreas Kyriaku. Da gibt es eine Weltuntergangsfete. Wir haben auch wirklich noch weiter gereiste, jedenfalls virtuell gereiste Gäste. Wir schalten nach Australien. Und ja, das wird irgendwie eine ganz, ganz feine Sache. Also ich habe die Dispo der beiden gesehen, die die aufgestellt haben für diese 6-Stunden-Sendung. Und da ich ja nur mit dem Sven Ruddloff vom Psychotalk zu Gast sein darf, ganz kurz eine halbe Stunde kriegen wir einen Slot und den Rest will Sebastian mit Alexa alleine machen, werde ich mir selber natürlich die Sendung auch anhören. Und wenn die Welt dann untergeht, dann haben wir wenigstens vorher nochmal ein paar Stunden Spaß gehabt. Dann kann man sagen, Rückblick 2012, das großartige Projektbuch ist abgeschlossen. Ja, Hammer. Wir sind tatsächlich durch. Also wir sind im doppelten Sinne durch. Sebastian Bartoschek und Alexa haben ja zusammen ein Buch geschrieben zum Thema Auf Geisterjagd in Deutschland. Genau, also wir beschäftigen uns mit der Großtanter-Szene in Deutschland, die erstaunlich groß, erstaunlich vielfältig und super spannend ist. Und das Buch, ich habe den Master bekommen, also das ist jetzt noch nicht im Lektorat. Der Hochschmaster hat den Master. Genau, das wird wahrscheinlich noch zusammengestrichen werden, aber ich habe sozusagen die unverblümte, volle Version des Buches lesen dürfen und ich habe tatsächlich für Unzensiert. Sehr viel Material nur zwei Tage gebraucht, während der Zugfahrt, weil das so unfassbar unterhaltsam war. Und da kann ich euch nur raten, wenn das erscheint, legt es euch zu und vielleicht gibt es sogar Möglichkeiten, mal ein paar Autogrammstunden oder solche Geschichten zu machen. Also das ist sozusagen das Buch der beiden, das ist 2012 passiert. Und dann an dieser Stelle vielleicht von Alexa und mir auch nochmal ein ganz persönlicher Dank für die großartige Unterstützung im Prinzip dritten Jahr jetzt Hoxilla, was ja schon begonnen hat im Mai, für all die vielen, vielen Flatterklicks, die es gegeben hat für die Spenden. Ihr seid einfach der Hammer, Leute. Genau, für die vielen Geschenke. Und was uns so ein bisschen auch flashed, ist die Wahrnehmung, dass wir jetzt irgendwie was Besonderes sein sollen. Wir haben einen schönen Gruß an die Ratingers nochmal reingehört und haben gehört, wie begeistert sie davon waren, dass das Hoxilla-Team beim Pottwichteln die Ratingers bewichtelt hat. Also wir sind genauso Podcaster wie alle anderen. Im Gegenteil, es war uns eine Ehre, wobei ich ja sagen muss, ich hatte echt ob des Themas des Podcastes wirklich ein bisschen dran zu knabbern. Ja, ein Technik-Podcast. Ja, das ist irgendwie, aber hat total Spaß gemacht. Genau. Danke für die Gelegenheit. Genau, und Audio Piazza, die haben uns ja bewichtelt. Das ist auch total witzig. Auch eine sehr lustige Folge, die sehr viele Storys der Woche reingepackt haben in die Episode. Und total interessant aufbereitet, finde ich. Genau. Für mich vielleicht an dieser Stelle auch nochmal einen großen Dank und dann machen wir jetzt mal die große Jahresabschlussrunde an den Christian von der Hörsuppe, den ich für die deutschsprachige Podcastszene für eine ganz, ganz wichtige Einrichtung halte. Und all diejenigen, die Podcasts hören und noch nicht auf www.hörsuppe.de gewesen sind, sollten das dringend nachholen. Und wenn ihr das Medium Podcasten mögt, dann ist Christians Seite eine inzwischen so gut aufbereitete, technisch saubere, tolle Internetseite, die man sich angucken kann, wo man immer wieder neue Inspirationen bekommt. Und man muss mal bedenken, dass er seit fast einem Jahr jetzt jeden Tag, jeden einzelnen Tag über alle Live-Podcasts und alle erschienenen Podcasts berichtet. Das ist eine ganz, ganz großartige Leistung. Und das auf so originelle, wortgewandte und sympathische Art und Weise, dass es wirklich kaum zu beschreiben ist. Ja, und er liest, jetzt kommen wir zu einzelnen Podcast-Empfehlungen, auch das mache ich nochmal, er liest vor, nämlich den Podcast Vorleserei. Und zwar liest er im Moment die Reise nach dem Mittelpunkt der Erde. Und da ich ja mitbekomme, wie aufwendig ein Vorlesepodcast ist, es ist ja ein Alexas Arbeit, also auch da Hut ab davor, dass er jetzt auch noch ein Buch vertont. Und da sollte man auf alle Fälle auch nochmal reinhören, das ist ein blitzsauberes Hörbuch, was der Christian da macht. Und das ist ganz, ganz super. Dann für mich ein Highlight der Podcast-Szene, weil ich ja auch viel mit dem Zugfahrer Troja-Alert, super, ein Legenden-Podcast, der sich mit Schöpfungsmythen derzeit beschäftigt. Und das ist auch ganz, ganz großartiger Stuff irgendwie. Und für mich allerdings, das sage ich ganz bewusst, der Podcast 2012, den ich entdeckt habe und für mich einer der tollsten Podcasts ist, die Staatsbürgerkunde, eine so tolle Idee, Zeitzeugen, die die DDR noch erlebt haben, zu Wort kommen zu lassen und berichten zu lassen, wie es in der DDR war. Und auf so einer ganz persönlichen Ebene zu hören, wie unterschiedlich das andere Deutschland doch war, halte ich für fast unbezahlbar und finde es ganz großartig, dass es so etwas in das Medium-Podcast geschafft hat. Also das ist alles ganz, ganz toll und das soll einfach nur heißen, dass wir auch natürlich uns, wenn wir die Zeit haben, andere Podcasts anhören und das sehr zu schätzen wissen und dieses Medium sehr, sehr mögen. Und das ist ganz großartig. Wer sich mit, zumindest mir, austauschen will, der kann ja zum 29C3 kommen. Da werde ich mit dem Pre-Love zusammen einen Workshop machen am zweiten Konferenztag, findet man auf der Seite vom 29C3. Und irgendwie wird es auch ein Treffen geben. Tim wusste noch nicht, ob er Zeit hat, aber irgendwie gibt es was Voloxilla-mäßiges während des 29C3. Und das kann ich ja auch schon mal leaken. Vom 29. bis 31. Januar werde ich in Karlsruhe auf der LearnTech sein. Und auch da wird es im Rahmen der LearnTech irgendwie um die LearnTech herum ein Hörertreffen zumindest mit mir geben. Alexa kann leider nicht mit nach Karlsruhe kommen. Oder vielleicht kommst du doch mit. Ich wollte gerade sagen, du sagst das so mit Bestimmtheit. Das planen wir da noch. Du willst mich wohl nicht dabei haben. Naja, wer weiß, was hast du so für Hörerinnen in Karlsruhe? Hey, Vorsicht. Noch hast du meine Niere nicht? Also wie auch immer, einen Huxler Hörer treffen, entweder mit uns beiden oder mit mir alleine im Rahmen der LearnTech. Auch das könnt ihr euch schon mal im Kalender eintragen. Und haben wir noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Das war, glaube ich, die große Jahresabschlussrutsche und die nächste Folge Huxler am 6. Januar. Wer bis dahin leidet, soll mal in die Blackstreet-Stories einhören. Da wird es eigentlich keine Unterbrechung soweit geben, von der ich jetzt wüsste. Könnte klappen, ne? Ja, könnte gerade so hinhauen. Dann gibt es ja noch ein paar Skeptos-Kurk-Folgen. Auch das ist sehr gut angekommen in diesem Jahr. Vielen Dank auch dafür, für das Feedback, was das Skeptoskop angeht. Das sind ja auch schon geile Sachen in Planung wieder, wie ich neulich hörte. Ich habe natürlich nichts verraten. Die Januar-Folge steht. Also am 1. Januar wird es auch ein neues Skeptoskop geben. Das ist gerade abgeklärt. Das ist mir gelungen, dass wir da noch ein Interview terminiert bekommen haben. Psycho-Talk war gestern Live-Sendung, drei Stunden zum Thema Haustiere. Die Folge wird auch noch ans Netz gehen, sodass ihr dann auch über die Weihnachtsfeiertage zumindest nochmal eine Folge Psycho-Talk hören könnt, wenn ihr denn nicht genug von mir habt, was ihr wahrscheinlich habt. Vielleicht ist es auch mal gut, dass wir jetzt die Tage vom Netz sind. Also an dieser Stelle vielen, vielen Dank für eure großartige Unterstützung. Vielen Dank auch an der Stelle nochmal. Ich habe es ja auch schon über die Social-Media-Kanäle gejagt, aber ich sage es jetzt auch nochmal, wir haben von euch da draußen ein iPad, tatsächlich uns drei Retina mit einer Logitech-Anstecktastatur leisten können, weil ihr uns so großartig unterstützt habt. Und das ist eine Sache, die uns sehr, sehr demütig an der Stelle auch nochmal macht und die wir ganz großartig finden und die erleichtert die Recherche ungemein. Das ist einfach ein geniales Ding. Macht mir beim Zugfahren das Leben leicht und hier zu Hause haben wir das auch ständig im Beschlag, was unsere Recherchen angeht. Das ist ganz, ganz toll und ganz, ganz super. dass ihr bereit wart, uns so großartig zu beschenken. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Jahresendzeit. Ich glaube, das ist sehr neutral ausgerucht. Das ist jetzt politically correct. Und dann versammelt man sich nicht um den Weihnachtsbaum, sondern um den Familienbaum. Um den Familienbaum, das ist auch schön. Der Familybaum. Obwohl, das ist auch schon wieder schwierig. Du kannst es nicht irgendwie so drehen. Das ist nicht. Wir haben bei der Gelegenheit gar keinen Baum, ne? Ne. Wenn wir das mal gegen dürfen. Da hätten die Katzen auch ihre helle Freude dran. Also insofern macht euch eine schöne Jahresendzeit. Genießt die paar freien Tage, die ihr haben werdet. Wenn ihr sie denn habt. Wenn nicht, leide ich gerne für euch mit. Wir wünschen euch einen guten Jahreswechsel. Wir hoffen alle, dass die Welt nicht untergeht. und bedanken uns für das tolle Jahr 2012 mit euch und bedanken ganz frohe Gemut in das Jahr 2013. Und schalten Sie auch am 6. Januar 2013 wieder ein, wenn Sie den Hoaxmaster-Sagen hören. Immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info.hoaxilla.de Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen. Hoaxilla ist eine Rackertschuh-Production aus dem Jahre 2012. Hoaxilla ist eine Rackertschuh-Production.